Ayo, was geht von der Heike am Start für euch? Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Max Payne. Das letzte Mal sind wir stehen geblieben. Weiter geht's auf jeden Fall. Wir gucken mal, wie weit wir heute kommen. Auf entspannter Basis. Oh, du Scheiße, du ja. Holy moly. Oh, shit. Oh, scheiße. Nice. Ich konnte diese Lezer-Wizir nicht aus dem Kopf kommen. Warum hat Ufe gebeten, Rodrigo? Ich werde keine Antwort finden in der Forensik-Labs. Ich musste weiter. Hey, pal. Schön, dich zu sehen. Ich glaube nicht, dass wir richtig angekommen sind. Ich weiß, wer du bist. Dann sollte man mich in der Beobachtung, wenn du die Chance hast. Nice. Es gibt noch Zeit, mein Kamerada. Es gibt noch Zeit, mein Kamerada. Oh, yes, Digga. Nice. Alle abgeknallt. Oder? Oh, nee, die zwei Wuten würden fehlen. Scheiße. Oh, shit. Oh, shit. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Ich würde mich für etwas anderes geben. Ich würde mich für etwas anderes geben. Etwas, was tief in der Vergangenheit geblieben ist. Ich würde mich für meine Güter umziehen. Ne, ne. Ne, ne ne, ne ne war das. Jetzt. Was ist denn das jetzt, Leute? Okay, nice. Ich weiß nicht, ob ich die Waffe schon gehabt habe. Wo ist die F-L? Wo ist die F-L? Wo ist die F-L? Ah, ne, warte, guck mal hier. Oh, Mann, du kannst das nicht spochen. Ja, aktivieren wir den Krampus erstmal. Kann ich hier eine der Westen nehmen? Ja, kann ich. So. Nur eine Pille ist aber okay. So. Scheide alles zu. Oh mein Gott. Oh Gott, ist alles dumm von mir, Digga. Das war so dumm. Ich wollte gar nicht springen. Ich wollte mich ducken. Ich habe es manchmal mit den Tassen, Digga, ist da. Wenn irgendwas kommt, wird das falsches Drücke. Scheiße, Mann. Oh shit. Geht nicht fuck it, Alter. Du kannst. Nice. Und du mieser Hund, Digga. Vielleicht den Fessel? Baukst du ihn einfach mal um? Wenn er schon so korrekt ist und aufgibt, dann geben wir ihm auf jeden Fall nochmal eine Chance. Becker und Bachmeier haben ihren Pferd von Fleisch und es auf dem Blackmarkt verhielten. Jetzt kommt ich für meine. Aber der Gringo muss schon sterben. Herr, er wird nicht sterben! Scheiße, Mann! Scheiße, Mann! Scheiße, Mann! Scheiße, Mann! Scheiße, Mann! Scheiße, Mann! Äh... Was ist die Frage? Wie geh ich da jetzt am besten rein? Was? Scheiße, Buddha, fuck! Oh! Erich, Mann! Erich, Mann! Ja, Mann! Geist, Mann! Ich bin da keine Wade! Oh! Oh! Oh, oh! Ich bin der Fiat. Ich bin der Fiat. Ich bin der Fiat. Sie Amerikaner lieben, um zu interferieren, die Sie nicht verstehen. Oh, ich verstehe viel, scheiße. Wie dummierde kann man nur ein Mensch sein? Geil! Give Rodrigo meine Regards! Ich konnte nicht einen Direkt Schaden. Ich hätte es gegründet werden. Es war ein Verziger von Bullets. Der Koffer war zu gut. Ich brauche einen Waffe erstmal. Die Koffer sahen ein bisschen los. Es war wert. Welches Koffer? Was? Was meint der? Was? Wie kann das funktionieren, dass der mich von da anschießt, aber ich nicht von da hinten anschießen kann? Das verstehe ich nicht. Ich weiß ja nicht mehr, was man damit meint. Was meint er denn? Also, was meint Max denn? Ich hab keine Ahnung, was Max meint. Was meint er denn, Digga? Hä? Ich verstehe nicht, was er bedeutet. Warte, ich schau das mal kurz nach. So, ich glaube, ich habe es herausgefunden, was man meint. Und zwar... Äh... Ja genau, Digga. Äh... 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 Bro... What the fuck? What the fuck? Why do you think you're not dead already? Ehh... What the fuck? What the fuck? I'm not sure what I'm talking about. Easy. Easy easy. This was the passkey to Becker's office. I was close to the end of all this and I could feel it. Backer? Backer! Das ist ein guter Mann. Ja, ja, ja. Victor... Ich frage mich, wenn du wiederholst aus dem ganzen selben hole du bist. Ich würde nur sagen, Max... Ich würde nur sagen, danke dir... ... für all dein hartes Arbeit. Für meine Familie. Und für diesen schrecklichen Schein mit dem Kachá-Pretto für uns. Du weißt, ich bin schwer auf dem Kachá-Pretto. Ich gebe dir einen Bonus, aber ich denke, dass du es einfach wegfügt hast. Becker, erheb seine Hand. Komm, komm! Thomas, du bist der Purt! Komm! 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 Schön! Erstmal fett die Nase gebrochen! Sie haben die Tür gebrochen. Meine einzige Hoffnung war, die nachlesen. Ich wusste, sie würden in der Stadt verlassen. Und meine Meinung ist, dass sie hier rauskriegen würden. Flöge Menschen lieben, wegzunehmen. Gott! Verdammt! Oh Gott. Kapitel 14. Die letzte Mission. Und hier bin ich auch glaube ich stehen geblieben damals wo ich nicht weiter gekommen bin. Also gut zu Ende. So of course I knew they were looking for me. But the airport was about the only place a fat gringo might blend in. Well, they're a sex club. My delusions of disguise lasted around two seconds. They were out in force. And they were out for me. But then I was out for them too. Every last one of those bastards. Alles klar, they get some Flughafen action. Max fucking pain, you know. Come on, you bastards. voice in the background. Jimmy! hugeokman! hoch τον Tiger Das ist so ein Fick Bitte kein Laser, Mann Okay Der Laser ist halt so schnurz, Digga Und Sehr, sehr schön Perfekt Was ich drücken muss oder sowas? Ne Was ist das denn? Grenade Launcher, gell? Okay Auch nicht Auch nicht Auch falsche Tiere Auch falsche Tiere Wohin denn, Digga? Guck mal hier Ich bin Ich bin Ich bin Ich bin Ich bin Ähm, jetzt bin ich ein bisschen überfragt. Wohin hat sich das? Ähm, komm, wohin hat sich das? Ist ja alles zu, Mann. Vielleicht die rote Tür, sparsig. Oder? Ist es die rote Tür? Yes. Oh, shit. So. Nice. Let's go. Das waren Becker's Leute. Him und Victor hatten ein privates Airport, um mit ihrem privaten Armee und ihrem privaten Jet zu gehen. Hmhm. Hmhm. Geil. Genau, das ist voll. Ist hier sonst doch irgendein Tabletzchen? Nee. Ich glaube, vier Stück müsste reichen. Guten Anfang. Werden schon doppelt gemoppelt. Guck mal, hier Nummer zwei. Bild. Da war Ufe all over the airport, and civilians were being moved out. Looking at it one way, shutting down the airport for their escape was a weird sort of compliment. But one I didn't need. Well, da war Ufe. Ja, 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 ja. Mmh. Mmh. Tochkomm. Bisschen fortpushen jetzt. Es ist mal wieder hoch. sehr schön sehr schön sehr sauber wo sind die noch wo sind die noch oh shit und ne ach du kacke mhm Ah hier, kleine Nudensiehne Nice Sehr schön, das war der letzte Gut, sollte passen So Der Tram zum nächsten Terminal ist unter den Eskalatorn. Ich würde immer auf Medikation gehen. Schön. Mhm. Sind noch einer? Nein. Okay, läuft doch gut. Wut, nicht in die Temperatur. Ja, der Tram. Sehr schön. Sehr schön, schön. Ich weiß nicht, dass du dich da rauskriegst. Ja, ich habe dich ausgesinnt. Ich habe keine G36 gesehen. Ich habe keine G36 gesehen. Warte mal. Es sah nicht, dass es keine Träume gibt, bis die Kraft aufzuhalten. Okay, that Suga's got us. Session. Oh my God. Ich hab's schon gerochen, Digga. Hallo, kannst du mal treffen? Mein Gott, Digga. Positionswechsel. Oh dear. Shreened. Oh dear. Oh dear. Oh dear. Und wir sind weg. Ich fühlte mich, dass ich mich für eine Sekunde zurückkehren kann. Zumindest bis wir uns in die Station. Und wir haben noch mehr von den Verlusten. Scheiße, scheiße! Ich weiß nicht, dass es so funktioniert. Natürlich gibt es eine Tram mit von Gugn, die mich versuchen. Das ist ein Scheiß-Pasch. Das ist ein ganzes Wissen Nice, ich habe das was Haben wir auch mal kurz den Zug aufgeräumt? Oh nein! Ist doch nicht dein Ernst, Mann. Jeder wollte ein Ticket für das Max Payne Express. Los, los! Los, los! 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 Nice! Ich habe hier noch kurz beschrieben! Ich fühl mich tous als ich auf dem Schrauben gefälte hab. Und es war wirklich gut. Komm schon. Komm schon. Die Träume war langsam. Und ich habe nur auf dem Bord. Ich musste, was ich konnte. Und sehen, was für mich war. Ich bin so gespannt, Alter. Gibt es hier vielleicht noch irgendwo... Irgendwelche Pillen oder sowas? Ja, ich habe gerade wirklich einen aufgehoben. Das war mein Stopp. Es hat mich direkt ins Herz genommen. Becker und Gimps waren überall. Also er und Bronco mussten nahe sein. Der smarten Bewegung hätte sich mit De Silva und gehen direkt zum Hanger. Aber wann war ich immer über smarten Bewegungen? Ich bin ein Dumb-Move-Guy. Hey Max, wir fahren auf die Runde. Nein, danke. Ich lasse mich in die Hauptentranz. Ich werde einen großen, schweizigen Grin auf meine Gesichter und lasse Arscherinnen versuchen, mich zu töten. Das ist mein Stil. Und es ist zu late in den Tag, für eine Veränderung. Für mich ist das. Aber dann habe ich mich hier entschieden. Ich wollte das. Es war es Veränderung? Es war etwas Patheticen. Es war Patheticen, Die Schießenden der Midlife-Crisis ist Max Payne für's dir. Die Schießenden der Machen! Nein, nein, nein! Die Schießenden der Machen! Was? In der Sekunde bin ich nachgeladen. Komm bitte, bitte mach! Das bringt also gar nichts. Was? Speicher dabei. Jetzt? Nice! Oh mein Gott! Absurd geil! Das war's. 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 Ich bin der Kran-Defuhr. Das ist ungefähr das Ende. Sie wollen uns auf den Weg nach der Straße sterben. Der Erde ist tot. Wir fahren in die Erde. Der Erde ist tot. Wir fahren in die Erde. Ich bin normalerweise ein behind-the-das-das-das-das-das-das-das-das-das-das. Nur ich bin einer von ihnen, auch. Ich bin einer von ihnen. Ich weiß, wie du mit dem Geld hast. Das sind sie. Arschluss. Dein Karriere kommt mit diesem Flugzeug. Los geht's mit! Warte, Max! Nein! Stopp! Max! Wir haben was wir brauchen für ihn jetzt. Lass ihn auf eine Trenung und eine Spreche in der Präsenz. Lass ihn soffern. Ich信 mir. Du wirst mit einem Lippen! Du wirst mit einem Lippen! Du wirst mit einem Lippen! Geil! Einfach geil, Ligger! Ohohoho, was ein Tritt! Was ist das? Kiin! Ah! An die Barschmarke. Schon mal nicht. Der 500. Der Berichter der Skandal, der verabschiedet von Geld aus der Scheme, um seine politische Kampagne zu verabschieden, war in seiner Polizei verabschiedet. Es ist noch nicht klar, ob seine Todesfälle ein Suizid oder einfach ein Retribution für seine Rolle in einem Skandal, der so viele Familien verabschieden, die sich verabschieden und verabschiedet wurden. Die Stadt Fisch sagen, dass alle Anfassungen hier in der Dwayne. Die Stadt Fisch sagen, dass alle Anfassungen hier in der Dwayne. Die Stadt Fisch verabschieden, aber sie wurden verabschieden, bei both of our enforcement and city leaders. And now, your local forecast. Boy, it's dark in some places, but it's sunny everywhere else. I'm a bit embarrassed of the weather. Multafical, this is pain, dude. Max to the pain. Ja, man. Das war's, Jungs, Max Payne rein. Auch die Trilogie haben wir ja jetzt vervollständigt. Haben jetzt alle drei Teile sozusagen auf dem Kanal Let's Played. Ich hoffe, das Let's Play hat euch gefallen. Ich muss sagen, dass auch der dritte war sehr, sehr geil. Jetzt von den ersten, also von den drei Teilen, die wir hatten, wir haben ja alle drei Teile gezockt, also wir haben ja auch gemeinsam Let's Played. Es ist schwer zu sagen, welcher von denen der beste war. Ich fand den dritten genauso geil. Absolut geiles Game gewesen. Geiles Gameplay auf PC, muss man auch sagen, mit den maximalen Grafiksettings. Auf jeden Fall richtig schön flüssig, geile Steuerung. Echt schöne Grafik. Dafür, dass das Spiel, glaube ich, von 2013 ist. Das ist schon krass. Und ja, Mann, Digga. Seid gespannt, was als nächstes kommt. Ich bin selber gespannt. Ich weiß es selber noch nicht. Wir sehen uns dann in einem neuen Let's Play Projekt. Wenn's wieder heißt, Let's Play. Wenn's wieder heißt, Let's Plays mit eurem Alcatrazo. Das war's mit dem Let's Play. Max Payne 3 Let's Play gewesen sein. Ich kann nicht mehr reden, Jungs. Bis dann. Checkt mich auf verschiedene Zwiebeln. Und haut rein.